Mein Name ist Josef Kelsberg aus Moosburg. Wir betreiben hier in der dritten Generation seit 90 Jahren unser Schuhhaus. Wir sind ein Familienschuhhaus und wir bieten Damen-, Herren- und Kinderschuhe mit einem gewissen modischen Anspruch und suchen auch immer für unsere Kunden so ein bisschen modische Highlights. Ich sehe in Moosburg unseren Stadtplatz immer so als kleines Einkaufszentrum. Mit unserem Schuhhaus und unseren beiden Textilnachbarn bieten wir für unsere Kunden ein tolles Sortiment. Mein ganzer Stolz sind auch unsere langjährigen Mitarbeiter, die immer versuchen, unsere Kunden optimal zu bedienen.